Eine kurze Bitte vorab. Wenn du von diesen Impulsen hier profitierst, freue ich mich, wenn du mir eine kurze Bewertung dalässt und auch den Podcast abonnierst. Das vergessen nämlich ganz viele. Beide Dinge helfen mir sehr, dass der Podcast auch von anderen Interessierten im Netz gut gefunden werden kann. Herzlichen Dank vorab. Hallo Tim. Hallo Matthias. Wir haben uns lange nicht gesehen und wir haben uns auch lange nicht gehört. Und gerade bin ich hier durch mein Büro geirrt und habe dein Buch gesucht. Aber dazu gerne einfach später mehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leidenschaft für Leadership. Oh, warte mal, vielleicht kann ich die Ansicht gerade nochmal verändern. Dann kann man uns nämlich hier beide sehen. So ist es, glaube ich, noch besser. Genau, also herzlich willkommen. Ich bin Matthias, Matthias Herzberg, dein Impulsgeber hier bei Leidenschaft für Leadership. Und ich begrüße heute den wunderbaren, großartigen, herzlichen, resilienten und super empathischen Tim Robert Zander. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Willkommen, mein Lieber. Bei der Messlatte, da laufe ich, glaube ich, bewusst drunter durch. Aber vielen, vielen Dank für diese wunderbare Anmoderation und schön, dich jetzt live und in Farbe zu sehen. Du hattest ja schon gesagt, zu lang ist es her, was auch mal zwei Wochen sein kann, wobei es jetzt, glaube ich, ein paar Monate waren. So ist es. Aber das ist ja sicherlich oder kann sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema sein, wie so kollektive Resilienz entstehen kann. So ist es. Wie läuft das Leben? Wie ist es? Hervorragend. Ich bin ja da immer gerne sehr tief. Also das heißt, ich erwarte meinen Sohnemann zum 10. Juni. Meine Frau, die jetzt gerade im achten Monat schwanger ist, wächst und gedeiht. Und ich bin jetzt aus dem ersten Quartal raus, habe noch ein bisschen Frühjahrsputz zu machen. Als Selbstständiger genug zu tun zu haben, ist aber ja auch keine Seltenheit und spricht ja jetzt auch nicht für eine ganz schlichte Auftragslage. Von daher ganz im Sinne der heutigen Folge. Ich habe einige Herausforderungen, sehe sie als Chancen und bin deswegen tiefenentspannt. Apropos, häusige Folge, vielleicht mal ganz schnell für alle die, die das jetzt vielleicht noch nicht so genau gelesen oder gehört haben. Resilienz für Lieder. Was ist das? Wie geht das? Und was bringt das? Das ist so ein bisschen, oder das ist nicht ein bisschen, sondern das ist die Überschrift von heute. Und ja, also ich konnte jetzt auch Resilienz gut gebrauchen in den letzten Wochen, weil wir so einen kranken Dackel hatten und der auch immer noch krank ist. Wir haben alles mitgenommen, was geht. Riesenbauch-OP, entzündete Naht anschließend, jetzt Wundheilungsstörungen. Das ist alles, was man nicht haben will. Urlaub nächste Woche in Holland gecancelt, weil es einfach mit dem Tier nicht geht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind schon mitten im Thema. Es war hier alles ein bisschen viel und ich freue mich jetzt echt auf das Frühjahr und dass die Sonne rauskommt und es wärmer wird und sich hier mal alles beruhigt. Und ja, so ist es. Auch ein schönes Resilienzbild und ich knüpfe mal gleich an. Das ist ja genau das Thema, wie ich es schon angesprochen habe. Also aus der Krise, aus dem Winter, aus möglichem Niedergang, in welcher Form auch immer und in welcher Intensität, dann wieder etwas neu aufblühen zu lassen und dann im Nachhinein zu merken, der alte Apfelbaum war sehr schön. Wir durften ihn aber gehen lassen und jetzt ist da Platz für einen neuen kleinen Apfelbaum, der jetzt wächst und gedeiht. Und das ist, wie gesagt, im Winter, wenn man dann um den Apfelbaum trauert, vielleicht nicht die Perspektive, die man maximieren möchte oder die die liebste ist. Aber im Frühjahr und spätestens dann im Sommer, wenn der Apfelbaum dann die ersten kleinen Äpfelchen trägt, dann wird es langsam rund und dann beginnt im Herbst wieder der Zerfall. Du bist es. Und damit braucht wieder die Erneuerung. It's all part of the process, ne? Genau, ein immerwährender, ewiger Kreislauf. Mein Lieber, bevor wir jetzt hier einsteigen, ist natürlich interessant, auch für alle, die zuhören, unsere Wege haben sich über LinkedIn gekreuzt. Das finde ich bis heute wunderbar, weil nicht alle LinkedIn-Kontakte, ich habe das jetzt auch gefeiert die Tage, ich habe jetzt den 4.500. Follower-In gefeiert. Und da kann man natürlich nicht mit allen befreundet sein oder so deep sein. Bei uns ist das aber so, das finde ich immer sehr schön, auch wenn wir längere Zeit nichts voneinander hören, dann steigen wir auch deep wieder ein. Das finde ich eine ganz besondere Qualität. Und wenn man sich auf deinem LinkedIn-Profil so ein bisschen umschaut, dann hat man sehr schnell einen sehr Wikinger-haften Eindruck. Also da dreht sich ganz viel um Wikinger, Symbolik, Metaphorik, Bilder, Geschichten. Das Neueste, was ich jetzt bewundernswerterweise von dir wahrgenommen habe, waren Drachenbote aus dem 3D-Drucker. Und vielleicht magst du uns mal abholen, wer bist du, was machst du und was hat das Ganze auch mit einem Wikinger-Dasein zu tun? Genau, ich bin Tim-Robert Zander, komme gebürtig aus Berlin-Kreuzberg, bin dann recht schnell in Neukölln aufgewachsen. Und die, die Berlin überhaupt nicht kennen, dürfen dann erfahren, dass das Brennpunktbezirke sind. Dann ist es bei mir auch im Hintergrund so, dass ich mit einer schwerbehinderten Schwester aufgewachsen bin. Also ich durfte schon relativ früh Krisen erleben, überleben und irgendwie schauen, was ich dann mit dem Rest meines Lebens anfange. Und das hat mich dann über viele Wege mittlerweile, gestern habe ich den Test gemacht, hochbegabt und hochsensibler junger Herr, der dann im Brennpunkt nicht immer gut aufgehoben war, mich durchgekämpft an die Uni, dort dann recht schnell überdurchschnittliche Erfolge erzielt, indem ich eigene Projekte ins Leben gerufen habe, um so eine Hausnummer zu nennen, das ist ja gerade bei so Business-Themen immer wichtig, 100.000 Euro Mitte während des Bachelor-Studiums erreicht. Und habe dann aber gemerkt, ja, da war ich fleißig, fünf verschiedene Projekte. Hammer, ich gratuliere. Dankeschön. Genau, war eine relativ harte Zeit, muss man sagen, weil der studentische Mindestlohn da nicht die Arbeit rechtfertigt. Ich habe quasi den kleinen Professor spielen dürfen, eigene Lehrveranstaltung konzipiert, umgesetzt und dann am Ende auch die Prüfung mit durchgeführt. Und habe dann gesehen, ja, da werde ich aber auch nicht so richtig glücklich. Da habe ich die Chance, mich mal zu entfalten und bin dann in die Startup-Welt gegangen. Und da ging es dann fast weiter mit den Krisen. Also auch viele Erfolge gesammelt, Pitches gewonnen, Kunden gewonnen, coole Prototypen entwickelt, aber auch hier nicht wieder wirklich glücklich geworden. Auch wenn ich viel lernen durfte, gerade durch die Herausforderungen. Und jetzt bin ich mittlerweile seit drei Jahren etablierter Coach, Trainer, Berater. Das auch in Hochleistungssektoren wie Pharma, Automotive, etc. Und muss sagen, dass ich jetzt eine Zufriedenheit für mich gefunden habe, die aber definitiv keine Langweile ist. Und das macht mich aus und bin aktuell Gründer von Agilität und Resilienz-Consulting. Das sind meine beiden Schwerpunkte, die dann halt genau in der Kombination dieses Aufblühen ermöglichen. Oder zumindest mein Treiber sind, meine Werkzeuge sind, um anderen das Aufblühen zu ermöglichen. Vom Einzelunternehmer bis zum Unternehmen. Sehr, sehr schön. Und was hast du denn studiert? Genau, das ist auch sehr, sehr spannend. Ist auch ein bisschen krisengetrieben. Ich habe an der TU Berlin, da hat meine Mutter mich darauf hingewiesen. Man muss sagen, ich habe einen sehr bildungsnahen Hintergrund von meinen Eltern, aber überhaupt nie einen Drill erlebt. Also auch die ganzen Sachen, die ich mir angeeignet habe, habe ich mir selber beigebracht. Und wahrscheinlich, weil ich daran Spaß habe. Da ist ja unser Bildungswesen leider oft fähig, da ein paar Steine in den Weg der Neugier zu legen. Und genau, dann habe ich von meiner Mutter den Hinweis, ach, geh doch mal an die TU. Da ist so ein netter Typ, der macht irgendwas mit Robotern und da kann man studieren ausprobieren. Und habe das mit grünen Orientierungsstudien gemacht, Orientierungsstudium gemacht. Liebe Grüße an Christian Schröder, ein großartiger Mentor dann von mir irgendwann geworden. Und da habe ich dann ein Jahr lang gucken können, will ich studieren, was will ich studieren, an welcher Uni will ich studieren, an welchem Uni-Typus will ich studieren, wie funktioniert Studieren eigentlich. Und habe dann ganz, ganz tiefen Einblick bekommen und habe dann gemerkt, so diese Schutladen-Studium, wo man dann einen ganz sicheren Job bekommen, wird es wahrscheinlich nicht werden. Und habe dann den fabulösen, ich spreche es langsam aus, Studiengang Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft studiert. Ja, und das war quasi auch der Freifahrtschein, mich ganz, ganz weit zu entwickeln oder sehr breit zu entwickeln. Von Pädagogik über die Messung der Lichtgeschwindigkeit mit einem selbstgebauten Aufbau bis hin zur Herstellung von Aspirin oder der Analyse von Trinkwasser durfte ich da ganz, 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 ganz viel machen. Mich ausprobieren, weiterentwickeln, habe auch Programmieren gelernt, harte Mathematik gelernt. Und bin damit so zum studierten Generalisten geworden, zumindest wenn es um den Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik Bereich geht. Und dann habe ich aber gemerkt, naja, habe dann irgendwann mal Feedbacks bekommen, als ich dann halt von meinen Projekten mehr in die Richtung Startups gegangen bin, weil da die Wirksamkeit höher ist. Und habe dann irgendwann das Feedback bekommen von einer Dame, die definitiv nicht konservativ ist, eine der ersten Cannabis-Anbauerinnen und das mit, da war sie schon über 70 in Deutschland. Und dann hat sie mich gefragt, naja, aber das sich dann einzuordnen, wenn du mal einen Job brauchst und wenn du dann Kinder hast, das ist dann aber schwierig mit dem Bachelor. Da hat sie leider recht gehabt. Und dann habe ich mir einen Master gesucht, den dann natürlich dann hochrangig sein muss. Innovation, Management, Entrepreneurship and Sustainability. Ein Doppelmaster, Nummer eins, Entrepreneurship-Master in irgendeinem Ranking in Deutschland. Ja, dann habe ich das fleißig gemacht, alles dafür gegeben, dass die Noten stimmen, dass ich Extrapunkte für Zusatzleistungen bekomme und so weiter und so fort und habe es dann ganz knapp noch reingeschafft. Und dann kam Corona ein halbes Jahr später, spätestens ein Jahr später dann im vollen Umfang. Ich wollte eigentlich in den Niederlanden studieren, war da schon viermal vor Ort mit Eltern meiner Ex-Freundin, meiner neuen Freundin, einem Kumpel, der überlegt hatte, ob er denn nicht auch studieren will. Und Corona hat dann gesagt, nein, geht wieder nach Hause. Corona sagt, ich mag dich nicht. Exakt, genau, das war das Spiel. Und so ein bisschen das Gegenteil von den Leuten, die jetzt im Homeoffice sein wollen, wollte ich auf dem Campus und dort leben, studieren, lernen. Ja, absolut nachvollziehbar. Und genau, dann habe ich das Auslandsstudium nicht fertig bekommen, habe dann ganz, ganz viele Steine in den Weg gelegt bekommen für die bürokratische Natur und habe jetzt das große Glück. An der SRH Berlin, in der Tat, am 1.4. dann mein MBA abzuschließen in Business Coaching und New Work Organisations-Innen. Genau. Mega. Sehr schön. Cool. Danke dir ganz herzlich. Mehr als beachtlich, ich kriege immer Angst, wenn Leute irgendwas mit Mathe machen und Handball. Das macht mir auch immer Angst. Also, mein Respekt. Und jetzt habe ich mehrere Brücken eben schon gehabt. Zum einen natürlich jetzt nochmal hier Corona, Pandemie. Es kam alles anders, als wir uns gewünscht haben. Wir waren ausgeliefert und ohnmächtig in all dem. Du hast auch durchaus was mit Technik studiert und kennst dich da aus. Lass uns mal einsteigen ins Thema Resilienz. Ich habe mal gehört, dass das irgendwie aus der Werkstoffkunde kommt. Was heißt denn das? Ich habe auch gelernt, man kann sich das irgendwie so vorstellen, irgendwas mit einem Sofa, auf das man sich draufsetzt. Und wenn es resilient ist, passiert das. Und wenn es nicht resilient ist, passiert das. Ich glaube, das haben wir sogar im Buch geschrieben, von dem du vorhin gesprochen hast. Genau, Resiliare heißt zurückspringen, zurückschnappen. Und das ist genau diese Idee, wenn man so einen Schwamm zusammendrückt oder ein paar Beispiele, die du genannt hast, die Sprungfeder. Wenn ich sie zusammendrücke, springt sie wieder in den ursprünglichen Zustand. Und das ist halt ein Begriff aus der Werkstoffkunde und gar nicht jetzt in Richtung menschlicher Seele gedacht. Ja, also mein Lieblingsbeispiel Sofa, wenn ich mich mit meinem Puppets da draufsetze und das Sofa wäre nicht resilient, dann wäre der Abdruck von meinem Puppets auf ewig in dem Sofa drin und es würde nicht zurückkommen. Es wäre vielleicht auch schön, wer weiß es schon, aber es wäre auf jeden Fall ein bisschen unpraktisch für das Sitzmöbel. Und dieses Zurückkommen in den Ursprungszustand. Also vielleicht, ich stelle es mir auch irgendwie so vor wie Erholung vielleicht. Also ich werde runtergedrückt oder etwas drückt mich runter. Ich komme aber wieder hoch. Wie kann man denn jetzt Resilienz definieren in Bezug auf das menschliche Wesen? Es gibt tausende Resilienzdefinitionen und die, die mir am besten gefällt, ist die, die ich mal von Sebastian Mauritz, Gründer der Resilienzakademie, bekommen habe. Liebe Grüße an der Stelle. Die Fähigkeit eines Systems, den Wesenskern zu erhalten. Aha, die Fähigkeit eines Systems, den Wesenskern zu erhalten. Aha, okay. Und zwar, egal was passiert. Genau, also man kann nochmal den Zusatz hinzufügen, unter schadhaften Einflüssen, aber in der Tat ja. Dann darf man natürlich aber auch wieder schauen, auf welcher Ebene sprechen wir. Und erstmal zur grundsätzlichen Erläuterung, wenn du dir deine Haare schneidest, hast du ja auch einen Teil von dir verloren. Gestern passiert, ja. Und ich würde hoffen, dass du damit keinen Persönlichkeitsanteil verloren hast. Im Gegenteil, es ging mir danach viel besser als vorher. Also es gibt diesen Tag, ich weiß nicht, ob du den auch irgendwie kennst, vielleicht auch mit deinem Bart oder ich weiß nicht. Bei mir ist das auf jeden Fall so. Es gibt diesen Tag, wo man weiß, es geht keinen einzigen Tag mehr so weiter. Ich muss sofort zum Friseur gehen, weil ansonsten fühle ich mich einfach nicht mehr wohl. Dann ging es mir besser tatsächlich nach dem Abschneiden. Ja, exakt. Und das Spannende ist hier, dass das offensichtlich nicht dein Wesenskern war, den du verloren hast, sondern im Gegenteil, es hat vielleicht sogar dein Wesenskern, der ein ordentlicher, gutaussehender Herr ist oder ihn beschreibt, dass das sogar gestärkt wurde. Und das ist auch das Thema von der Couch. Da darf man natürlich auch erstmal herausfinden, was ist denn der Wesenskern? Und dann sind wir auch schnell bei Wertedebatten, die halt nicht zahlengetrieben quantitativ reingeführt werden können, sondern halt auch die qualitative, emotionale Komponente brauchen. Und dafür darf man erstmal schauen, was macht mich aus. Ich gebe aber nochmal ein weiteres, stärkeres Beispiel. Was ist denn ein Mann? Ganz spannendes Thema in der heutigen Zeit. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn ein Mann im Gefecht sein Unterleib verliert, dass der Verlust seiner Geschlechtsteile nicht weniger Mann werden lässt. Und da könnte man natürlich auch sagen, ja offensichtlich, biologisch ist das in irgendeiner Form eine begehende Definition. Aber wenn man jetzt den Unterleib verliert, also das ist ja eher in der patriarchalen, testosterongetriebene Denke eher noch mehr ein Mann geworden, dann sind diese einfachen Definitionen nicht mehr möglich. Und da darf man halt wirklich tief in sich gehen und seinen eigenen Wesenskern erkunden, erfahren und dann zu lernen, zu integrieren und dann auch damit umzugehen, bis hin, ihn zu schützen. Es gibt ja Situationen im Leben, da kann ich, da ist mein Wesenskern mir ziemlich egal. Also da kann ich, da beschäftige ich mich ja nicht mehr mit meinem Wesenskern. Oder? Naja, ich würde sagen, dein Wesenskern ist halt auch etwas offenes, freundliches, positives. Du kriegst so viele Komplimente. Ja, ich bin jetzt auch selber gerade völlig, also berührt auch. Alles, alles Manipulation. Nee, das ist ja ernst. Was? Nächste Podcast-Folge. Und genau, und wenn du eine offene, ehrliche Art und Weise hast, wo du halt auch schon wieder ein paar Resilienzfaktoren drin spürst, dann macht das dich aus und sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen, was bin ich denn jetzt eigentlich, was mache ich denn jetzt genau? Und dann sich irgendwie noch zu beschneiden, zuzuschneiden, irgendwelche Normen anzupassen, würde ich nicht als gesunde Selbstführung fassen. Und das ist für mich dann halt auch ein anderer Begriff für Resilienz. Es gibt ja höchstwahrscheinlich oder mit an Sicherheit ganz einer Wahrscheinlichkeit gibt es ja mehr oder weniger resiliente Menschen. Oder? Es gibt Menschen, die sind es mehr und es gibt Menschen, die sind es weniger oder wie? Also da darf man sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn man sich anschaut, wie ist denn dieser Resilienzbegriff entstanden, dann hatten wir vor rund 100 Jahren, bitte ohne Gewehr betrachten, die Invulnerabilitätsstudien in Nürnberg. Die sagen halt Unverletzbarkeit. Und wenn wir uns dann noch anschauen, was sonst in den letzten 100 Jahren in Deutschland gerade passiert ist und welche Männerbilder wir geformt haben, würde ich das immer mit Vorsicht genießen, Menschen in Resilient oder Nicht-Resilient zu kategorisieren. Weil es einmal individuelle Unterschiede gibt. Also das heißt, ich bin morgens nicht so resilient wie abends, weil ich halt ausschlafen muss oder morgens gereizt bin und erst ab der dritten Tasse Kaffee ansprechbar werde. Und dann halt auch wieder situationsabhängige Unterschiede. Das heißt, der eine, der total gut im lauten Lärm arbeiten kann, stirbt vielleicht in der leisen Bibliothek. Das heißt, das einfach so zu sagen, ist schwierig. Für mich ist da eine Geisteshaltung dahinter, bei der es darum geht, Menschen zu stärken und damit Gesundheit zu fördern und damit dann per Definition Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit zu schaffen. Und ja, es gibt Menschen, die würde man wahrscheinlich als weniger oder mehr resilient beschreiben. Da kommen wir aber auch schnell in Richtung, naja, das ist ja ein Low-Performer, machen wir einen Stempel auf die Stirn und sagen, du bist halt einfach nicht resilient, das ist nichts für dich. Ich arbeite auch im Kontext mit einigen militärischen Personen und ich habe da Leute schon auch ausrasten gesehen, die, sage ich mal, in Afghanistan einen Einsatz hatten und dann an ihrer Buchhaltung gescheitert sind. Also natürlich nicht mit dem Ausgang erschossen zu werden, aber die Schmerzen können genauso groß sein. Also es gibt auch Beispiele, wo jemand in der Geiselhaft war und der hat die Geiselhaft besser überstanden, psychologisch, biologisch, von seiner Gesundheit her, als die Arbeit als Führungskraft. Und wenn ich dann sage, naja, ich bolz halt alle um, ich hau alle um mich herum nieder, die Mähdrescher-Führungskraft, der Alpha-Patriarch, würde ich nicht sagen, dass das resilient ist, weil er ja im Kollektiv schadhaft ist und letztlich einen Schaden hinzufügt. Das heißt, ja, er ist in seiner narzisstischen Not da sehr egozentriert, schadet aber seinem System um sich herum und wird damit auf kurz- oder langfristig auch selber Schäden bekommen. Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, das so zu beschreiben. Aber natürlich gibt es verschiedene Faktoren, verschiedene Herangehensweisen, auch in der Individualentwicklung das zu betrachtende. Da mit zu starken Mustern heranzugehen, ist auch einfach nicht meine Art und Weise. Ich bin einfach kein Statistiker in der Psychologie und die Aussagen sind ganz schwierig zu treffen. Das eine Kind mit dem Alkoholiker-Vater total feinfühlig, sensibel, höflich, leistungsorientiert. Ich muss raus, ich will niemals so werden. Und der andere, der dann so wird wie der Vater und dann seine Frau schlägt oder selber Alkoholiker wird. Und da ist die Forschung noch nicht so weit, dass man das ganz klar sagen kann. Apropos jetzt hier Faktoren. Ich kenne Resilienz-Modelle. Ja, da werden dann 4.378 Resilienz-Faktoren beschrieben auf 13 Säulen mit vier Grundlagen und 50 Ästen. Und tust du mir mal den Gefallen? Ich habe mich gerade geärgert. Ich habe ja hier gerade mein Büro abgesucht, um dein Buch zu finden. Denn du hast ein wunderbares Buch gemacht zum Thema Resilienz. Kannst du es auch mal zeigen? Genau, Resilienz-Coach-Business. Der Führerschein zum Resilienz-Coach-Business. Genau, also danke dir. Dieses Buch hat mich vor allen Dingen auch deswegen beeindruckt, weil es so einfach gehalten ist in der Beschreibung von der Resilienz. Nämlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, beschreibt ihr das über wie Autoreifen. Der Wagen mit vier Rädern, genau. Und ich sehe jetzt schon, wenn ich mal einmal gucke, Sinnreifen, Sozioreifen, Körperreifen und Psychoreifen. Das finde ich super. Kannst du uns mal so ein kurzes Blitz-Wrap-up geben, was sich hinter jedem Reifen verbirgt, damit das Auto erfolgreich fahren kann? Dieses Modell basiert grundsätzlich erstmal auf einem Ansatz, ähnlich dem Lebensrad. Das heißt, das kennst du wahrscheinlich aus einem systemischen Coaching. Man lässt den Coachee aufschreiben. Was ist wichtig in deinem Leben? Und wo bist du gerade sehr gut da drin? Und wo bist du vielleicht noch nicht so weit? Und vielleicht bist du auch bei manchen Sachen ein bisschen drüber. Und man versucht, das Leben in eine gewisse Balance zu bekommen. Soll heißen, ich habe total viel mit Freunden zu tun, bin aber dafür total viel am Feiern. Das heißt, ich habe eine 12 von 10 bei Freundschaften und eine 5 von 10 bei geregeltem Alkoholkonsum. Am Lieberwert. Genau, genau, genau. Und dann probiere ich das anzupassen. Hier basierend auf der WHO-Definition, die aber auch mal abgeändert wurde. Das ist aber auch nochmal ein spannender Punkt. Da wurde der Sinnreifen rausgenommen. Da kann man ganz spannende Fragen stellen, warum das so ist. Aber es gab auf jeden Fall die WHO-Definition von Gesundheit. Und da schauen wir uns an, dass wir für Gesundheit, davon bin ich überzeugt, erlebe es in der Praxis, kriege es geschwiegelt von Spezialisten und Spezialistinnen, dass der Sinnreifen essentiell ist. Werte, ideale Visionen und inwiefern du den Sinn von dir kennst, entfalten kannst in dem Kontext etc. Dann haben wir den Sozioreifen. Auch immer spannender Stichwort, ein toxischer Freundeskreis ist krebserregender, als fünf Zigaretten am Tag zu rauchen, gab es eine Studie dazu. Das heißt, dein Umfeld macht dich ganz, ganz stark aus, beeinflusst deine Gesundheit, deine Widerstandsfähigkeit, deine Selbstführungskraft. Und dann natürlich andersrum die stabile Partnerschaft etc. Dann wieder ein Anker. Sozioreifen. Genau, ein bisschen dazu, dass man sich selber Freunde ausdrängt oder irgendwie das Kind dann seinen Traumpumpel hat. Durchaus denkbar. Sehr spannende Geschichten auch aus dem KZ etc. Psychoreifen. Was sind meine Glaubenssätze? Wie ist meine psychosoziale Konstitution von mir aus? Meine Prägung, mein Setting? Und dann letztlich der Körperreifen. Wie ist meine Biologie? Esse ich genug? Schlafe ich genug? Habe ich vielleicht irgendwo ein Problem, eine Verspannung im Rücken kann ganz schön stark auf die eigene Resilienz wirken? Genau. Und dann gibt es wieder Unterpunkte, wo man sagt, okay, die Ursprungsfamilie hat mir einen Glaubenssatz eingeprägt, also Sozioreifen, Einfluss auf Psychoreifen, dass ich gelernt habe, ich bin nicht genug. Ich muss immer mehr leisten als die anderen, um nur halb zu viel bekommen. Und dann darf man halt schauen, dass man dort eine Balance reinkommt, schaut, wie kann man diese Reifen stärken. Und dieses Modell, wie du es ja auch schon eingeführt hast, lebt durch die Einfachheit und Effektivität, die es mit sich bringt. Großartig. Vielen herzlichen Dank, weil ich finde ja auch immer, Modelle sollten so beschaffen sein, dass man tatsächlich gut mit ihnen arbeiten kann. Und warum ist denn heute eigentlich mehr denn je es wichtiger, sich mit Resilienz zu befassen, so ganz grundsätzlich? Also viele Begriffe sind ja irgendwann auch so eine Art Modeerscheinung, Modebegriff, die sind dann in. Ja, plötzlich schreiben sich alle Unternehmen irgendwie Resilienz auf die Fahne. Es gibt überall Programme dafür. Was ist denn der wichtige und richtige Hintergrund? Warum ist es heute mehr denn je wichtig, sich mit Resilienz zu beschäftigen? Hast du eine Fünfjahresplanung für dich, dein Leben und dein Business? Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Wir sprechen ja hier ganz unter uns. Also sagen wir es mal so, ich arbeite immer wieder daran. Warum könnte es denn keinen Sinn ergeben, in fünf Jahren ein starres Ziel anzuvisieren? Warum es keinen Sinn haben könnte? Ja, ah ja, ich weiß jetzt schon, worauf du raus willst. Du willst auf dieses VUCA-Dingsbuchs raus. Das heißt, es ist zu viel in Bewegung. Und also das würde bedeuten, jetzt mein Großvater hatte vielleicht jetzt irgendwie noch nicht so diese Unsicherheiten. Ja, der wusste im Prinzip, ich werde auch noch in fünf Jahren als Berufsberater morgens zum Arbeitsamt radeln. Das wird alles gleich sein. Und heute sind wir einfach in einer veränderten Welt, nämlich VUCA. K. Volatil. Uncertain. 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 Also unsicher. K. Komplex. Also komplex. K. Und ambit mehrdeutig. Genau. Und schalten wir mal fünf Jahre zurück. Also was man auch einfach gerne macht. Trend-Extrapolation. Also gucken, wie ist es bisher gelaufen. Wir machen das weiterhin so. Dann hätte man vor fünf Jahren, glaube ich, nicht die Ukraine-Krise, den Israel-Krieg-Konflikt und Corona prognostiziert. Hätte man den herkömmlichen Businessplan geschrieben, hätte man halt gesagt, ja, erstes Jahr ein Mitarbeiter, nächstes Jahr drei Mitarbeitende und dann irgendwann zehn. Naja, und dass nach drei Jahren dann halt die Firma insolvent geht, das hätte man dann halt nicht erwartet. Und das ist halt genau der Punkt. Es gibt da verschiedene Ansätze. Ich meine, das müsste Harvard Business Manager sein. Ansonsten war es ein anderer namhafter Konzern, dass Resilienz die Leadership-Kompetenz des 21. Jahrhunderts ist. Weil die Krisen, die wir jetzt haben, werden nicht weniger. Sie werden hoffentlich aufhören und bestmöglich gelöst werden. Aber wir müssen davon ausgehen, dass aufgrund dieser Volantilität, dieser Flüchtigkeit unserer Zeit ganz viele Veränderungen auf uns einprasseln. Das heißt, diese Widerstandsfähigkeit, wo man denkt, ja, ich muss mich abwehren, wird zu viel mehr. Und ich als Boxer und Boxtrainer sage, naja, früher dachte man, Resilienz ist deine Deckung. Wenn du doll genug hauen kannst, dann haust du den schon um und kommst schon irgendwie durch. Jetzt merkt man, naja, wer keine Beinarbeit beherrscht, kommt gar nicht zum Schlag und fällt auf den Weg um. Und das heißt, wir dürfen dort schauen, wie können wir uns widerstandsfähig machen. Und da gerade Führungskräfte mit Personalverantwortung Leistungsträger sind und Leistungsträgerinnen offensichtlicherweise, dann in der Krise massiv eingebrochen sind, ganz viele Menschen auf einmal gemerkt haben, nee, ich will keine Führungskraft mehr sein. Ich will nicht derjenige sein, der im kompletten Chaos, in der Spaltung der Gesellschaft, ganz viele unterschiedliche Meinungen, Probleme etc. irgendwie moderieren soll. Nee, da will ich meinen Job haben, wo ich klare Vorgaben habe, die abarbeite und dann meinen genüsslichen Feierabend nehme. Und das ist wichtig. Und wenn wir jetzt sehen, dass mit der, ich nenne sie mal Konjunktur, mit dem Aufstreben der Wirtschaft gerade das Problem weniger ist, eine gute Auftragslage zu bekommen, sondern Fachkräfte zu haben, die diese Aufträge abarbeiten, sehen wir halt auch, wie wichtig HR, die humanen Ressourcenschonung wird. Und da ist Resilienz der entscheidende Faktor. So, Sinnreifen, Sozioreifen, Körperreifen und Psychoreifen. Ja. So, wie kann ich denn, wenn mich das Thema jetzt interessiert, als Führungskraft, also ich glaube, der Sinn ist schon klar geworden, warum es jetzt als Führungskraft Sinn macht, dass ich selber als Führungskraft resilient bin, wie kann ich denn ganz konkret meine Resilienz stärken als Führungskraft? Also, wenn ich da rein investieren will, wie mache ich das? Also, was ich dann in Workshops mache und auch genauso mit meinen Kollegen, Kolleginnen und Partnerschaften, die ich so habe, ist gerade an diesem Modell relativ logisch folgend. Das heißt, wir können wirklich mal individuell schauen im Führungskräftige Coaching, wie ist denn der Reifendruck gerade bei diesen Reifen? Das kann auch regelmäßig überprüft werden und dafür dann Maßnahmen ermittelt werden. Wir können aber genauso auch dieses Modell nehmen und im Team sagen, hey, wie sieht es denn gerade aus im Team? Wo können wir gemeinsam schauen, dass die Arbeit mehr Sinn ergibt? Wo können wir denn schauen, dass wir besser sozial miteinander umgehen? Und vielleicht auf dem Körperreifen auch noch mehr als, sage ich mal, den Obstkorb machen, sondern die Möglichkeit zu geben, auch im Homeoffice über den Tag Sport zu machen, auf Pausen zu achten etc., dass sich da einfach der Körper auch wieder regenerieren kann oder überhaupt die Möglichkeit für einen Spaziergang oder ein gesundes Essen ist. Ey, weißt du, und jetzt schließen sich für mich gerade auch nochmal so ein bisschen die Kreise, weil ich tatsächlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten bei unterschiedlichen Lieblingskunden dieses Thema natürlich gehört und gesehen habe. Also ich habe auch gesehen, dass Menschen ihre Führungsrolle wieder abgegeben haben, die gesagt haben, ich habe auf diesen Wahnsinn wirklich keine Lust mehr, teilweise auch auf diesen Wahnsinn, der mir von meinen eigenen Vorgesetzten dazu gemutet wird. Ich habe Menschen gesehen, die über Druck auch krank geworden sind. Also das ist ja schon wirklich enorm. Und die Technik habe ich jetzt auch wieder nochmal, da war jetzt gerade für mich nochmal so der Link. Es ist doch ungesund, wenn andere die Macht über meinen Kalender haben und mir da Termine reinsetzen können. Also ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet. Bei mir und meinen Menschen in den ganzen Unternehmen begegnet mir, ja, ja, jeder kann mir da Termine reinmachen und teilweise habe ich da das Phänomen, dass mir Leute in meinem Kalender Termine drüber bügeln. Also da steht ein Termin drin und dann macht mir ein anderer da noch einen Termin drauf und dann habe ich da zwei Termine zur gleichen Zeit. Und auch dieses Thema, wir machen ein Online-Meeting von neun bis zehn, das nächste von zehn bis elf, das nächste von elf bis zwölf, ohne irgendwie eine Form von Übergang zu haben. Und ich habe erfahren, das fand ich nochmal sehr wichtig, dass Outlook ja angepasst werden kann in der Form, dass wenn du einen Termin reinmachst, dass zehn Minuten vor dem Termin der Termin schon anfängt und 15 Minuten nach dem Termin der eigentliche Termin erst endet. Also wir haben einen Termin von zehn bis zehn Uhr dreißig und der Termin im Kalender geht aber von neun Uhr fünfzig bis zehn Uhr fünfundvierzig. Das heißt, ich habe da Pufferzeiten da drin. Das ist ja total elegant. Warum ist das nicht bekannter, frage ich dir. Die meisten Leute fragen immer, Hilfe, wo kann ich das einstellen? Aber ich glaube, das ist ja auch da wieder, die Technik kann uns da ja auch helfen. Absolut. Es ist halt wieder das System, die Menschen, die entscheiden dürfen und je nachdem, wie sie sich dann ihre Strukturen und Tools legen, dann im Zweifel Probleme haben. Und das klingt halt für mich so ein bisschen nach, ein ganz spannendes Wort, kollektives Micromanagement, habe ich gerade gedacht. Weil in der Unternehmenskultur da Kontrolle vor Vertrauen kommt. Ganz massiv, in einem ungesunden Maß. Ich sage auch nicht nur Vertrauen und dann wird das alles schon klappen. So ein bisschen wie die Selbstorganisation, kriege ich meine Mitarbeiter schon selber hin. Aber da wird halt von, ich bin jetzt mal gemein, meistens von oben herab dann so hantiert und dann entstehen halt Machtstrukturen, die sich halt so vervielfältigen. Und die sind zum Teil auch sehr funktional. Ob sie gesundheitlich sinnvoll sind, und da rede ich auch von der mentalen Gesundheit, und die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern, Mitarbeitenden fördern, mag ich zu bezweifeln. Und ja, ich sehe das auch ganz stark in meiner Praxis. Und dann habe ich Führungskräfte, die drei Meetings gleichzeitig haben. Und eigentlich, was dahinter steht, ist, für wen von oben entscheidest du dich denn jetzt? Wem bist du denn am loyalsten? Weil vorhin habe ich mit dem gesprochen, und der hat gesagt, du warst mit meiner Meinung nicht zufrieden, was eine sachlich begründete Diskussion war. Ich nehme das mir jetzt aber persönlich, weil ich den Machtstreben will, also zum Selbstzweck. Und genau, das ist dann halt ein Problem. Und da sind dann so einfachen Möglichkeiten, so offensichtlich und einfach. Also ich mache das ja wahrscheinlich, ich mache das auch so, wenn sich jemand einen Termin bei mir über Calendly bucht, also so ein Online-Buchungstool, dann ist das eingestellt, dass ich immer Zeit davor und danach habe. Ich darf das aber selber entscheiden. Stichwort Autonomie in der Wissensarbeit als Leistungsfaktor. Das ist aber leider nicht für die meisten Menschen so. Ich habe wieder eine Führungskraft gehabt. Das war jetzt nochmal so ein Thema. Eine Frau, die dann gesagt hat, ich bin im Urlaub und es laufen aber drei Projekte los. Und das Unternehmen hat schon die Erwartung, dass ich dann auch im Urlaub erreichbar bin. Ja. Sorry, oder? Also ich meine, da würde ich sagen Stoppschild, oder? Das ist ja irgendwie... Also ich bin ja ein Selbstständiger und du bist ein Selbstständiger. Und wir machen das, glaube ich, auch, weil wir Spaß daran haben, auch mal kreative Arbeitsweisen zu fahren. Wenn das mein Herzensprojekt ist, dann kann es zum Teil sein, dass ich das möchte. Dann darf man aber eine Regelung finden, wo ich dann vielleicht danach dann halt auch nochmal irgendwie mal um 14 Uhr Freierabend machen kann. Oder auch nur bestimmte Zeitfenster zum Beispiel, dass ich sage, weiß ich nicht, montags, wenn ich im Urlaub bin, gucke ich mal irgendwie von neun bis zehn in meine Mails rein und bin erreichbar. Aber nicht eben zum Beispiel die komplette Woche oder irgendwie sowas. Das wäre ja auch nochmal irgendwie so ein Kompromiss. Genau, genau. Und das hängt einfach davon ab. Ich hatte jetzt gerade nochmal, ich bin ja immer da gerne in der Avocatus Diaboli. Es gibt ja auch den Trick, dann lege ich das spannende Projekt in den Urlaub von der Person, die ich nicht dabei haben möchte, und spiele wieder so, wie das dann in Konzernen mit Intrigen und so weiter und so fort läuft. Das heißt, das hängt immer davon ab. Aber grundsätzlich wäre ich bei dir, Urlaub ist dafür da, um sich zu erholen. Wer gesunde, leistungsfähige Mitarbeitende haben möchte, sollte das schätzen. Wachstum findet in der Regeneration statt. Und Urlaub ist nicht nur für Reparatur, sondern auch für, ah, ich habe was gelernt, ah, das könnte ich besser machen. Oh, da merke ich wieder was. Ach, das ist ja wieder so ein Thema, das ist schon öfter da. Das war jetzt gerade nochmal auch wichtig für mich, dass du das nochmal gesagt hast und vielleicht auch nochmal für alle Zuhörenden. Lieben, schreibt es euch hinter die Horchlöffel. Urlaub ist nicht nur für die Reparatur. Das finde ich einfach wirklich, weil ich glaube, oft ist es so, ja, wir haben so ein Damage erfahren, dass wir erstmal, ich sag mal, die ganzen Dellen wieder abspachten müssen, die wir irgendwie mitbekommen haben. Ja, ja. Aber ich sag mal wirklich, dass der trockene Lack es dann nochmal in die Sonne schafft, dazu kommt es dann vielleicht erstmal gar nicht, weil die ganzen Ressourcen verbraucht wurden von Reparaturen. Das finde ich auch nochmal gerade ein ganz, ganz wichtiges Bild. Da habe ich noch was Schönes für dich. Der einzige Grund in unserer Arbeitswelt, nicht zur Arbeit zu müssen, ohne, sag ich mal, begründete Existenzängste haben zu dürfen, ist es, krank zu sein. Wenn du frei haben möchtest, musst du dich krank arbeiten. Das heißt, die größte Belohnung für deine Arbeit ist es, wenn du dich totgeschuftet hast und dann belohnt wirst, dass du nicht mehr arbeiten musst. Wahnsinn, oder? Es ist echt, finde ich wirklich wieder mal an vielen Stellen bedenklich, in was für einer Welt wir mittlerweile leben. Was würdest du denn sagen, ist so die Hauptgrundvoraussetzung, damit ich irgendwie vielleicht resilienter werde? Mein Gedanke war gerade so, ob es das Thema Achtsamkeit für das Thema an sich erstmal überhaupt ist, also eine Achtsamkeit zu entwickeln und einfach eben mal dafür zu sorgen, dass ich mal anfange, über diese vier Reifen mal nachzudenken, mal zu überprüfen, wie viel Druck ist da eigentlich gerade drauf? Oder habe ich sogar einen Platten? Habe ich einen Platten, genau. Habe ich einen Platten? Ja. Also wenn wir jetzt im Führungskräften-Niveau sind und wir sind ja auch nur unter uns, dann darf ich da Führungskräfte sehen, die schon weit über eine Erschöpfungsdepression sind. Wenn wir uns die ganz großen Firmen anschauen, gibt es da auch inoffiziell die Strategie zu sagen, naja, wenn du eine richtige Führungskraft sein willst, musst du dein Burnout auch überleben in der Firma. Da gibt es dann auch keinen Urlaub oder eine Kur. Da musst du das dann halt an anderen Leuten auslassen. Ich bin jetzt mal sehr klapsig hart. Und naja, die Denke ist halt mindestens ein Jahrhundert alt, wenn nicht noch deutlich älter, wo halt der Fabrikarbeiter vor der Tür stand und man gesagt hat, naja, wenn ihr jetzt nicht noch zwei Stunden extra schuftet, ohne Wasser und Brot, dann schmeiße ich euch vor die Tür und nehme mir den nächsten. Das ist jetzt aber gerade in Deutschland mit der Demografie nicht mehr so und ist auch für mich kein stimmiges Menschenbild. Und wenn wir darüber, über Fachkräfte, Wissensarbeit etc. reden, wobei ich auch absolut dafür bin, jetzt nicht nur Wissensarbeitern da irgendeinen Luxus zukommen zu lassen. Gerade die handwerklichen Berufe sind ja auch ganz massiv gefragt und auch unabhängig davon sind das Menschen, die es verdient haben, nach dem Grundgesetz ein würdevolles Leben zu haben. Darf man das schauen. Aber das ist halt oft so das Thema, dass dann zahlengetrieben geführt wird, auf Vorstandsebene entmenschlicht agiert wird. Weil, naja, wenn ich jetzt ganz viele rauswerfe, die sind dann halt schlecht gelaunt, aber das treibt jetzt nochmal unseren Profit nach oben und dann sind wir wieder spannender für Investoren oder für einen gewissen Typus von Investoren. Und das ist halt eine Sache, die auf kurz oder lang am Baum endet. Und das fängt dann halt mit den Burnout-Fällen in der Firma an. Dann sind dann halt irgendwann die Plätze mit dreifacher Arbeit belegt, weil ich habe nicht mehr genug Leute. Dann muss ich irgendwie noch mehr Multitasking machen. Die Arbeit wird noch schlechter. Aber die Effizienz sinkt. Die Effektivität sinkt. Alles geht gegen den Bach runter. Ich rotiere. Genau. Ich bin auch noch rum. Ich bin auch noch rum. Okay. Also erster Tipp nochmal zum Mitnehmen. Sich mal Zeit nehmen und über den Reifendruck reflektieren von diesen vier Resilienzreifen. Sozioreifen. Nee, pass auf. Wir wollen in der richtigen Reihenfolge anfangen. Sinnreifen. Gibt es eine Reihenfolge? Nee. Nein. Also Sinnreifen, Sozioreifen, Psychoreifen und Körperreifen. Genau. Du, vielleicht zum Abschluss so ein bisschen von dir. Was sind denn deine drei Tipps? Was sind deine drei Wikinger-Tipps für mehr Resilienz, wenn ich sie für mich selbst stärken möchte? Für Wikinger und Shieldmaiden, die losfahren möchten, wo alle anderen im Hafen bleiben, weil sie Angst vorm Sturm haben, dürfen sich erstmal sich selbst zuwenden. Auch nochmal Stichwort, was du vorhin angefangen hast. Die Achtsamkeit gegenüber mir selbst ist essentiell. Und nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Der nächste Schritt ist es, mal beide Füße vom Gaspedal zu nehmen und auch zu lernen, dass vielleicht der Sturm, das ist natürlich wieder mit der Achtsamkeit sich selbst und der Umwelt gegenüber entscheidend, vielleicht vorüber ist und mal gesegelt werden darf und in der Zeit halt wieder Schaue gepflegt werden können, Bretter geölt werden können. Das heißt, es geht nicht immer darum, maximales Tempo mit maximalen Wachstum zu erreichen, sondern das effektive, das langfristige Tempo mit der Zielerreichung qualitativer Natur deutlich wichtiger ist. Und der dritte Punkt ist es, wenn ich merke, ich bin in einem Kämpferhaufen, Kämpferinnenhaufen und das passt mir nicht, gibt es einen wunderbaren Dreisatz, den man auch auf kleinsten Ebenen nutzen kann, aber natürlich auch auf den großen Love it, change it or leave it. So ist es. Und wenn es nicht passt und sich nicht ändern lässt, dann ist die logische Schlussfolgerung zu gehen. Mein Lieber, das war wunderbar. Ich finde, das ist ein wunderbarer Schlussakkord jetzt nochmal gewesen. Dreimal drei, nämlich drei Punkte und am Ende mit einem Dreisatz nochmal ergänzt. Das war es heute zum Thema Resilienz für Lieder. Was ist das? Wie geht das? Was bringt das? Mein wunderbarer Gesprächspartner, Tim Robert Zander, wo findet man dich eigentlich, sag mal? Also bei LinkedIn habe ich eben schon ausgeplaudert, einfach indem man deinen Namen da eintippt und dann irgendwie nach Wikinger-Symbolik Ausschau hält. Ja, also Tim Robert Zander ist ja bewusst gewählt, damit es nicht so viele sehr einmalig haben. Ich hoffe es, es war zumindest mein Ansinnen. Und ansonsten auf der Agilität.consulting genauso geschrieben, Agilität mit äh, Resilienz.consulting und je nachdem, wann der Podcast rauskommt, es kommt auf der Tim-Robert-Zander.de Webseite bin ich auch zu finden. Großartig, großartig. Ihr Lieben, wunderbar, das war's. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst und allen Hörerinnen und Hörern auch schön, dass ihr dabei wart. Empfehlt den Podcast gerne weiter und dann, je nachdem, wann du das hörst, ist es vielleicht noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Osterfest, aber jetzt darf ich erst mal sagen, äh, ein gesegnetes Osterfest, darf ich sagen, aus dem Pfarrhaus in Köln. Viele herzliche Grüße und, ähm, zeig nochmal das tolle Buch bitte. Kann ich auch nur nochmal wärmstens empfehlen, ja, der Führerschein zum Resilienz-Coach-Business. Das einzige Buch, muss ich wirklich sagen, zum Thema Resilienz, was mich wirklich auch in der Form gepackt hat, dass es eben sehr schlicht gehalten ist und einfach, das kann man super durchlesen und eben auch verstehen mit ganz, ganz praktischen Tipps und, ähm, und Impulsen. Vielen herzlichen Dank. Bis ganz bald. Alles Gute. Ciao. Wenn du Podcast-Folgen wie diese nicht mehr verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, dich für Leadership Upskill Weekly einzutragen. Das ist mein wöchentlicher, sehr persönlicher Letter rund um die Themen Führung und Zusammenarbeit im Team. Wenn du Führungskraft bist, ist das hier für dich vielleicht relevant. Du willst es nicht verpassen, trag dich gerne ein unter leadershipupskill.de.